moin leute willkommen zur nächsten folge wir hatten in der letzten folge ja unseren gigaplex so nenne ich ihn mal ein bisschen vorgeplant den wollte ich auch heute gerne weiter dann ausbauen da nämlich unsere ja jetzt hier kommen wir langsam zum ende was den bau angeht hier fehlt jetzt noch ein bisschen manotronik sehe ich gerade da setzen wir einfach mal noch ein bisschen geld drauf und dann wird das ja auch relativ schnell fertiggestellt und ja wir wollen ja eigentlich keinen stopp in unserem bau haben deswegen werden wir hier relativ zeitnah dann auch weiter bauen dann haben wir noch unsere quest offen zu unserem gezeiten der hubgeplot und da haben wir jetzt noch eine gute viertel stunde wenn wir mal gerade gucken wo unsere eule sich gerade befindet die wäre tatsächlich schon ein habt ihr wir setzen die einfach schon mal in den sektor rein und werden wir die nämlich nutzen um noch mal in denen ja glaubenssprung zu fliegen das mit dem raus teleportieren ja so gut funktioniert hat ist es eigentlich egal mit welchem schiff wir da rein fliegen ja das wäre jetzt mal so der generelle plan und wir checken jetzt mal gerade noch unsere stationen ab wie sieht es denn eigentlich unsere forschung aus wir werden noch ein paar teile benötigt für die letzte forschungsstufe aber gar nicht mehr so viel ich denke dass das relativ zeitnah dann auch erledigt ist weiter hätten waren argon prime da hat man auch den xenon i zerstört ich bin jetzt mal gespannt ob die npcs hier die station wieder aufbauen werden weil ja das raumdruck ist nämlich weg das heißt wir können momentan bei den argon überhaupt keine s oder m schiffe kaufen das ist ein bisschen doof aber ich gehe mal davon aus dass die argon hier das teile wieder errichten werden in welcher form auch immer unsere station an sich die läuft eigentlich relativ gut da können wir eigentlich wieder ein bisschen geld abheben tatsächlich bräuchten wir hier auch nur einen gas meiner wir hatten glaube ich zwei der station zugewiesen wenn wir mal noch schauen wo wir den dann einsetzen bei einigkeit läuft glaube ich auch so langsam an wird auch schon das erste erz gesammelt zumindest mal hatten wir der station glaube ich meiner gegeben ist immer gerade schauen was die hier treiben ja die sind tatsächlich am meinen ja hier scheint es wohl nicht allzu viel zu geben ansonsten ja kann die soweit auch dann anlaufen energiezellen werden tatsächlich momentan noch gekauft das machen wir mal den preis runter weil unsere energiezellen produktion die wird ja auch noch irgendwann fertig ich denke nicht dass wir da jetzt noch weiter einkaufen müssen zu den zwischenprodukten können wir gleich schon mal kaufangebot hier auf null sitzen das hier gar nicht erst versucht wird einzukaufen für die weitere produktion zu gestalten also die produktion die ja die ist noch im bau das läuft wir können mal gerade noch gucken wie es hier finanziell aussieht brauchen wir eigentlich gar nicht das geld noch zu aufzustocken denn unsere hüllenteile werden ja durch unser eigenes schiff beliefert das heißt hier fehlt eigentlich nur noch die nanotronik können eigentlich die frachter schon fast abbrechen das kaufen wir einfach gar nicht wir wollen eigentlich nur die nanotronik haben das heißt wenn wir gerade gucken bezüglich hüllenteile das wird da ein preis festlegen dass die erst gar nicht gekauft werden von den npcs denke das wäre eine idee dann hätten wir noch die station hier unser hauptkomplex der läuft eigentlich schon ziemlich gut an was die produktion angeht dann hatten wir extra in der reihenfolge gebaut dass es sinn macht hier wird nix eingekauft wird alles nur verkauft die fängt schon an umsatz zu machen nehmen wir direkt hier auch mal runter dann haben wir hier unser zwischenlager wir hatten ja festgestellt dass unsere eigenen ein und verkäufe durch die wiederholungsbefehle nichts mit kredits zu tun haben obwohl es eigentlich so sein müsste und trotzdem hatten wir hier relativ viel umsatz gehabt ich weiß gar nicht mehr warum ob wir das mal aus den selber darauf gesetzt hatten oder ob hier tatsächlich welche verkauft werden wenn ja einfach mal den preis ein bisschen runter machen vielleicht sogar eine automatische preisfindung weil wir sind ja relativ am volllaufen und da können wir sie auch verkaufen macht ja eigentlich sinn dass wir waren die wir nicht benötigen verkaufen dann hätten wir noch unsere zweite station hier in profit center alpha ja da mangelst ein bisschen am erz die lieferung ist unterwegs vielleicht werden wir da sogar noch einen zweiten lieferanten einsetzen zweiten transfer da das mit dem ersten eigentlich so gut funktioniert brauchen wir da eigentlich auch keine meiner denn die finden ja irgendwie nichts in den umliegenden sektoren ansonsten machte hier verkaufen so ein bisschen ja von dem zeug hier noch und ja wir sind jetzt bei knapp 27 millionen das heißt wir müssen auch irgendwo mal wieder was investieren wollen ja das geld ja nicht irgendwie sinnlos rumliegen lassen sein wir würden jetzt auf irgendwas sparen aber wir brauchen jetzt auch keinen zweiten zerstörer oder ähnliches ich denke wir werden das in unsere wirtschaft rein pumpen vielleicht sogar blaupause noch kaufen wir werden mal schauen das gucken wir jetzt mal wir haben hier noch zehn minuten ich würde sagen ja die frage ist jetzt ist der fraktions repräsentant jetzt eigentlich auf der schiffswerft das wäre jetzt mal interessant zu wissen wir lassen mal die odysseus da andocken können sie ja noch nicht direkt teleportieren von der reichweite her zu odysseus wird es allerdings passen dann brauchen wir da jetzt nicht extra hinzufliegen haben wir dann auch ohne probleme zu unserer eule kommen wir auch hin das heißt da haben wir auch keine probleme so jetzt sind hier schon drei waren voll sieht ja eigentlich gar nicht mal so schlecht aus wenn lediglich noch elektronik komponenten und ein bisschen kühlmittel das kühlmittel kann eigentlich ja von unserer von unserem komplex hier beliefert werden so unser helios transferiert hier die anderen teile haben allerdings jetzt keinen frachter direkt übrig bin da noch unentschlossen was wir da kaufen sollen wir hatten ja hier noch zwei kleine flotten die hier als patrouille dienen die naja nicht immer so ganz gut funktioniert je nachdem in welcher höhe die sind da müssen wir tatsächlich ab und an ein bisschen manuell mal was tun einfach zu vermeiden dass sie die frachter weiter gestört werden ansonsten sieht es eigentlich gut aus in dem sektor hier da ist eigentlich relativ ruhig unsere miner gehen auch noch gar nicht hierhin irgendwie was abbauen obwohl hier eigentlich eine menge von allem vorhanden ist die fliegen tatsächlich immer noch in profitabler handel profitabler handel genau so ähm ja ansonsten gucken wir mal die odysseus dockt jetzt mal hier gerade an ist angedockt dann gehen wir mal auf die drauf dann gucken wir mal ob wir hier jetzt ähm blaupassen kaufen können erreiche system argen prime angedruckt sind wir wir machen mal kurz noch ein absticher beim händler beziehungsweise man gerade ob der jetzt hier sitzt organisationsvertreter ähm organisationsvertreter kann ich helfen bitte sehr wir bekommen tatsächlich diese seminare hier nicht gut bei viel glück da draußen jetzt muss ich mal überlegen organisationsvertreter ist das die handelsgilde oder ist das wirklich der wo heißen die nicht fraktionsrepräsentant ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher wir gucken mal es ist eine ehre dass sie hier sind ne tatsächlich ist die jetzt umgezogen oder ist eine andere dann gucken wir mal dann können wir zumindest mal blaupause noch kaufen das ist ja gar nicht mal so verkehrt ähm antimaterie konverter brauchen jetzt direkt eigentlich net geschützturm komponenten werden wir auf jeden fall brauchen noch gerade später für die schiffswerft sind die notwendig für größere schiffe sensor bündel könnten wir mal noch kaufen und nanotronik nanotronik ist halt echt teuer die blaupause ähm ich würde sagen wir geben da jetzt mal noch gar kein geld aus denn wir erweitern jetzt erstmal die station sowie geplant und dann dauert das ja eh noch mal eine zeit lang bis das soweit fertiggestellt wird viel glück da draußen es ist eine ehre dass sie hier sind mal gerade noch es gibt hier noch ja die schiffswerften sind halt relativ teuer bringen allerdings nachher auch einen ordentlich umsatz ähm dafür müssen wir aber erstmal eine grundlage schaffen hier mit der produktion damit sich das ding hier autark versorgt ja die wohnmodule habitate würde ich tatsächlich auch erst am schluss machen ansonsten brauchen wir eigentlich doch nichts von denen ausrüstung und schiff ist erst interessant wenn wir auch wirklich eine schiffswerft haben glück da draußen von daher ist das eigentlich soweit erstmal ok unsere Odysseus brauchen wir auch glaube ich schnell mehr aufrüsten da hatten wir so ziemlich alles auf maximum gehabt ja da ist alles ok ähm reparieren brauchen wir da auch nichts wenn wir mal noch diese ohnen ja runterschmeißen wir geben dir vielleicht noch gerade ein paar satelliten äh ressourcensonden sehe ich eher als unnötig jetzt hier auf dem schiff so und reparatur drohen ganz klar hätten ja auch hier noch ein m-bock die schiffe haben wir ja momentan woanders im einsatz ich bin überlegen ob wir da vielleicht noch die noch mal bestücken sollen allerdings brauchen wir die tatsächlich ja nur bei einem speziellen bedarf also die s-kampfschiffe auf den zerstörern habe ich immer dabei damit wenn ich in so einem xenon schwarm drin bin dass ich da noch ein bisschen abwehren kann da tatsächlich da die geschütztürme manchmal ein bisschen überfordert sind das können wir vielleicht mal gerade machen dann lassen wir nämlich die zwei patrouillen da unten so stehen die wir hier haben ja die sind ja doch immer wieder am arbeiten ja tatsächlich immer auf verschiedenen höhen setzen wir einfach mal den befehl noch mal runter sollten die das jetzt allein erklären wir müssen mal gucken ob wir da den ursprung finden weil wenn so viele auftauchen müsste ja normalerweise hier nest irgendwo sein von denen und das ist auch glaube ich nicht immer x ich glaube das wird auch random generiert bin mir dabei allerdings nicht ganz sicher ein paar kampfschiffe würden uns auf jeden fall nicht schlecht tun wir mal gerade wenn wir hier eine aris kaufen als s-schiff noch das sind zwei millionen wenn wir da vier stück kaufen für unsere du so ist die dann auch mal was dabei hat dann kann die auch mal reagieren oder wir können uns mal ein schiff schnappen wenn wir eins brauchen ich denke dass das investieren wir jetzt nemesis würde ich tatsächlich jetzt erstmal mit kaufen die sind jetzt hier noch mal am kämpfen ja dann gehen wir jetzt gleich in die eule angreifer ich bin mir jetzt nicht sicher ich glaube da kommt ja noch ein zweiter countdown erreiche system habt ihr okay so gucken wir mal kurz ab und schmeißen wir für die drei minuten mal kurz den sinzer an dass wir jetzt die zeit hier überbrücken und ich glaube da kommt noch eine viertel stunde on top gucken wir mal gerade wie ihr wisst bin ich kein freund vom sinzer und den werden wir auch eigentlich nicht wirklich brauchen das ist ein profitabler handel er wird der kann ja fliehen ja die sind ja alle voll beschäftigt ich muss hier echt mal gucken ob ich da nicht noch mehr hinstelle hier sind so viele von den kark müssen wir uns mal noch überlegen jetzt gucken wir erstmal was hier passiert seien sie gegrüßt mitbewohner und reisende dies ist wellenbrecher die station die in einen asteroiden gebaut wurde der so massiv ist dass er selbst der stärksten aller fluten standhält es sieht so aus als ob unser stern heute ganz besonders hell funkelt wenn sie nicht bereit in einem unserer sicheren häfen untergebracht sind oder sich auf dem weg aus dem system befinden raten wir ihnen jetzt dringend ihren reiseantrieb zu aktivieren und in sichere gefilde zu eilen natürlich empfehlen wir von wellenbrecher ihnen unser eigenes lokal die treibende boje für ihren besuch das war's vorerst sicheren flug okay wir bleiben jetzt mal auf jeden fall schon mal hier dann können wir da auch gleich direkt andocken bevor die flut kommt mir gefällt das hier absolut mit was hier passiert mit den ganzen wachtern von uns wir bekommen sie tatsächlich verteidigt aber wir müssen immer so viel manuell hier angreifen und es sind echt viele hier sie kommen ja auch aus dem westlichen bereich habe ich das gefühl also hier zumindest mal hier in dem bereich wir sollten uns das mal anschauen gehen ob wir da dieses nest da finden da muss ja eigentlich schon was sein sonst okay sind die teladi noch am helfen ja der flüchtet hier die ist die hülle kaputt ein bisschen da auch wo ist denn unsere zweite sind die beide schon am kämpfen na ja tatsächlich die nehmen da auch keinen schaden vielleicht splitten wir die auch noch ein bisschen weiter auf damit wir die ein bisschen besser positionieren können die hier die werden jetzt hier rein fliegen müssen wir denke ich nichts weiter machen ja der hier fragt der geht jetzt andocken das ist okay ja und der fliegt jetzt hier zum bergbau mitten direkt in die feinde rein das ist halt auch nicht so unbedingt das geistrische verhalten hier von den npcs aber so ist es nun na wenn ich weiß okay ich mache bergbau und das sind feinde dann fliege ich halt woanders hin aber das machen die halt jetzt eben eher weniger gucken wir mal unsere ares ja die sind ja eigentlich für die odysseus ich denke wir müssen da personen persönlich mal noch vor ort fliegen und mal gucken wie wir das machen können ja bin da jetzt echt noch unsicher die odysseus ist momentan argon prime die hatten wir ja da gehabt um den xenon i zu zerstören das ist auch soweit okay ich hätte hier tatsächlich mal noch gerne ein bisschen mehr übersicht hier über den sektor dass wir hier vielleicht mal ein zwei drei satelliten aufstellen dann haben wir hier noch eine menge pegasus die hier gar nichts zu tun haben schicken wir den einfach mal hier schon mal weiter so da haben wir morgenstern ich glaube das ist auch der letzte sektor hier lassen den es mal da oben noch erkunden dann haben wir hier den split sektor da können wir hier noch weiter hier müsste es allerdings noch ein tor geben meine ich so und dann sind wir noch ein zwilling dann lassen wir den einfach mal hier noch weiter fliegen und dann hätten wir noch unsere perso ist die hat auch glaube ich satelliten dabei allerdings nur die kleinen da das raum doch ja nicht mehr vorhanden ist lassen wir die einfach mal hier auffristen das aber setzen wollen wir noch erweiterte satelliten drauf und lassen die dann zu agon prime fliegen und lassen auch direkt landen dass denn nichts passieren kann die odysseus stellen wir mal mit gerade hier mittig rein das heißt wenn hier irgendein zerstörer kommt dass wir dann nicht irgendwie direkt eingreifen müssen dann haben wir hier noch ein xenon k wird auch noch eine agon fabrik gebaut ich denke mal dass die npcs das hier selber noch hinbekommen was haben wir denn hier im sektor noch rumfliegen haben wir nur ein paar kleine schiffe also zumindest dass man jetzt auf anheb jetzt kein zerstörer der jetzt da wir müssten hier mal noch was hinstellen und zwar das von da unten auch mal sehen mhm ansonsten sieht es eigentlich gut aus ich bin nur mal gespannt ob die jetzt hier wirklich ihr raumdog nochmal errichten also auf anheb sehe ich da nichts weiter und meines wissens haben die auch nur eins die agonen oder hatten hier hätten wir diverse teile die wir eigentlich mal noch aufnehmen könnten aber das schaffen wir jetzt auch nicht weiter wir haben noch bei was wurde da gerade jetzt muss ich mal gerade gucken wird auch da irgendwas gerade gelesen ähm wo haben wir denn unser logbuch erwarte befehle ja hier wurde gerade ein frachter zerstört von unserem xenon kollegen hier also sie sind schon relativ penetrant hier unterwegs tatsächlich und tun uns auch ein bisschen schaden ein hermes war das gewesen die ist so schnell kaputt gewesen dass die sich gar nicht mehr gemeldet hat werden sie gegrüßt mitbewohner und reisende wir hoffen aufrichtig dass sie sich in sicherheit gebracht haben denn gerade bricht die sonne aus die flut wird nun das system durchqueren und mit heftiger kraft stationen und schiffe gleichermaßen beschädigen passen sie auf sich auf dann werden wir doch mal landen und auch erlaubnis erteilt und auch erlaubnis erteilt erfolgreich angedockt können wir uns dann theoretisch auch anschauen ähm beziehungsweise dauert noch gelobig wir sind erfreut sie an bord zu begrüßen auch in zwei minuten müsste es noch dauern äh gehen wir mal auf die karte können wir nämlich den sinzer nutzen da sehen wir jetzt den countdown auch nicht da müssten wir tatsächlich aufstehen aber da kommt sie ja Gefahr gefährliche region entdeckt ja das ist die flut so und sobald er sich ein bisschen abkühlt fliegen wir direkt los so ich denke ja jetzt dürfen wir so sollte uns nicht mehr schaden äh tut es aber oh wir sind erfreut sie an bord zu begrüßen ähm wo ist denn jetzt unsere unsere euler hier ja da geht es gut versuchen wir es mal nochmal äh jetzt scheint es ok zu sein instabile warp anomalie dann fliegen wir dann fliegen wir jetzt endlich mal ähm ja zu unserem sektor hier da haben wir auch nur eine begrenzte Zeit dafür tatsächlich ein relativ kleines Zeitfenster ja jetzt haben wir unsere Anomalie verpasst so da ist er ja und dann feuer frei ja erreiche System Glaubenssprung das gefällt mir ja erste Messungen in der unmittelbaren Umgebung zeigen keine gefährlichen Regionen oder andere unmittelbare Bedrohungen in der Nähe im Blockbuch sprach der nomadische Forscher davon eine unnatürliche fremdartige Struktur im System gefunden zu haben Assistent lassen sie uns dieses faszinierende Konstrukt suchen soweit ich sagen kann scheint dieses System einem Phänomen zu unterliegen das der Flut im Hubgeer System ähnelt aber diese Energiespitzen sind weitaus seltener anders als im Hubgeer System scheint die Quelle des Ausbruchs jedoch ein schwarzes Loch zu sein das periodische Strahlung emittiert aber dies ist kein Grund zur Besorgnisassistent dieses Ereignis scheint im Vergleich deutlich weniger Energieverein zu setzen ok die Ansage hatten wir ja schon mal ich hab auch hier bewusst schon mal Navigationsparken ausgesetzt damit wir unsere Anomalie wieder finden denn ich hab die tatsächlich schon mal lange wieder suchen müssen beim ersten Mal und dann gucken wir mal ob wir jetzt hier irgendwie schon was sehen und tatsächlich sehe ich auch was und zwar hier oben dieses längliche Teil hier das sieht für mich jetzt äh nicht natürlich aus ich denke wir fliegen da mal hin mhm muss ungefähr hier sein das könnte schon das sein was wir suchen gut ich muss zugeben ich weiß ungefähr wie die grobe Struktur aussieht deswegen hab ich jetzt einen kleinen Vorteil aber ja ich kann die Struktur auf meinen Scannern zählen führe nun meine erste Untersuchung über euch äußerst faszinierend äußerst faszinierend dass die Struktur dass die Struktur höchstwahrscheinlich von den Sonnen stammt es erklärt auch weshalb meine Versuche das Schützion-Kondensat zu repräsentieren bisher scheiterten man sagt man sagt dass die Sonnen Technologie besitzen die derjenigen der Rassen mit denen wir derzeit in Kontakt sind weit überlegen ist bedauerlicherweise wissen wir nicht viel über sie außer dass sie in irgendeiner Weise mit den Sprungtoren verbunden sind ich frage mich was sie hier getan haben und ob es in irgendeiner Weise mit den Flutphänomenen im Zusammenhang stammt warten sie wir sind nicht allein nach meinen Messwerten ist ihr Schiff nicht das einzige das auf dieses Bauwerk gestoßen ist sehen sie sich das an es ist brandlich was tut ihr hier es scheint bereits mit der Struktur vertraut zu sein ja hier sind tatsächlich ein zweites Schiff ist auf dem Weg hierher interessanterweise ist das neue Schiff vom gleichen maßgefertigten Astrid naja ok die sind jetzt schon beide da grand endlich da bist du ja wir haben uns darauf geeinigt diese Nachschubflüge gemeinsam zu machen um die Zeit zu verkürzen die wir für den Transport dieses Zeugs zu unserem Verteilerzentrum tatsächlich benötigen ja ja spar dir das ich musste mich um North River Angelegenheiten kümmern offenbar hat ein schlechter Verlierer herumgeschnüttelt und ich musste diese Person abwimmeln du verstehst was zum das hast du ja toll hingekriegt sieh mal wer sich hier gerade angeschlichen hat hey sie was tun sie hier ich kann nicht glauben dass sie unser nirgendwo gefunden haben sieben Jahre wir haben es geschafft diesen Ort sieben Jahre lang geheim zu halten was tun wir jetzt nun sowas bespricht man am besten persönlich sie kommen sie auf einen kleinen Applaus rüber ähm welche wundersame Wendung der Ereignisse ihre panischen Reaktionen bestätigen dass sie hier tatsächlich ihr Beschützion erhalten es ist nicht wirklich ihr Produkt es wird interessant sein zu hören was sie selbst zu sagen haben dies scheint unsere beste Chance zu sein einen Weg zu finden den erträchteten Menschen des Sub-Gear-Systems zu helfen diese Leute sind vielleicht nicht die klügsten aber die Mühe die sie sich machen zu verschleiern dass es zwei von ihnen gibt zeigt dass sie zumindest etwas drauf haben bleiben sie auf der Hut okay ihr seht was ich sehe das zweite Schiff ist ja eben erst dazugekommen aber hier steht eine Astrid die kann ich auch gar nicht anfunken und zwar eine dritte Astrid und ich weiß nicht ob das jetzt irgendwie gepatcht worden ist dass das hier so ist wie es ist oder ob das jetzt einfach nur Zufall ist aber so wie das aussieht brauchen wir und das war beim ersten Mal als ich das hier gespielt habe und nicht so ey guck mal gerade ob wir die dritte Astrid hier die Astrid hier unbewandt ist ob wir die einfach übernehmen können oder ob das jetzt wirklich nur ein Bug hier ist also hier steht eine total leergefekte Astrid rum hier wäre das undocken aber ich kann es leider nicht übernehmen ähm wir versuchen mal was anderes können wir jetzt mal auf unser Schiff zurück gehen können wir die denn beanspruchen oder irgendwas wir scannen die jetzt mal keine Crew vorhanden ähm 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 hier gibt es tatsächlich kein Signal äh zu früh gefreut ähm hier ist zwar eine dritte Astrid ich kann sie aber tatsächlich nicht übernehmen dann hören wir uns jetzt mal das Gespräch hier von den Typen an mhm ob wir die vielleicht später übernehmen können na wir werden es noch rausfinden äh tatsächlich kenne ich das hier so noch nicht Astrid Andock nur nicht möglich Astrid so dann werden wir jetzt mal zu den Typen gehen unglaublich wie das Innere eines Schiffes dieser Größe so erstaunlich üppig aussehen kann ja das ist die Astrid ein relativ schickes Schiff ähm ich glaube wir müssen hier wo lange großer Prophet es sind wirklich nicht Teladi-Zwillinge ja das erklärt auch warum wir das Rennen verloren haben ähm sie sind also gekommen eine weise Entscheidung der hier hat einen guten Geschäftssinn das kann ich sagen ja ja und dazu werden wir noch kommen nun wenn sie mir die Frage gestatten wie haben sie diesen Ort gefunden ja über die Blackbox was ah ja ich wusste dass unsere Aufräumarbeiten gründlicher hätten sein sollen ah anscheinend lassen unsere Kontakte zum Vigor Syndikat nach ich habe denen eine obstöne Summe an Credits gezahlt damit sie verschwinden und sehen sie wo uns das hingebracht hat tja nun das hat ganz offensichtlich nicht funktioniert wie wäre es also wenn wir das ganze anders angehen wie sie sich wohl denken können ist das hier unsere ganz eigene goldene Gans wir haben keine Ahnung was es mit diesem ganzen Konstrukt auf sich hat aber wir haben herausgefunden dass wir das Kondensat das es umgibt als Schutzschild gegen die Flut nutzen können wir befinden uns in einer sehr einzigartigen Lage das Volk von Harpgir braucht es unbedingt nur wir können es liefern können sie mir soweit folgen ja dann fragen wir mal warum sie das Zeug so knapp halten und nicht verkaufen wollen oh bitte seien sie nicht naiv weil wir es können natürlich soweit wir beurteilen können könnten die Reserven hier die gesamte Galaxie jahrhundertelang versorgen ohne dass sie uns ausgehen würden dieses Zeug ist hochwirksam hochentwickelt aber wer wäre schon bereit uns immer wieder obszöne Summen zu zahlen wenn sie das wüssten das macht Sinn dann fragen wir mal wie die das gefunden haben ehrlich reines Glück wie man es nicht glauben würde ich war gerade auf dem Rückweg von einem Handelsflug als die Flut mein Schiff traf und es in die Anomalie stieß ich weiß nicht genau warum aber ich konnte sofort erkennen dass dieses System anders ist schreiben sie das meinem Unternehmergeist zu jedenfalls wurde mein Schiff durch den Aufprall recht stark beschädigt und ich brauchte eine Weile um alles wieder in Ordnung zu bringen als es wieder einsatzbereit war stieß ich schließlich auf die verlassene Station und das Beschützieren es muss aber jemand vor uns da gewesen sein ich konnte mich mit einer Technologie verbinden die unserer sehr ähnlich war um Zugang zum Beschützieren zu erhalten ich vermute es waren diese nomadischen Forscher wir brauchten eine Weile um herauszufinden wie man dieses Zeug richtig transportiert und lagert aber von da an war es nur noch eine Frage des Glücks und des Wissens welche Leute wir bezahlen müssen um das in Frage stehende Produkt zu ergründen und eventuelle Störenfriede verschwinden zu lassen ok gut dann wissen sie wohl worauf wir hinaus wollen nun natürlich können wir nicht riskieren dass sie das ausplaudern wir könnten versuchen sie zu töten aber wie sie vielleicht bemerkt haben sind wir keine Verbrecher und unsere Schiffe sind sicherlich nicht dafür gemacht auf jemanden zu schießen ich meine sicher wir könnten das Vigor Syndikat wieder auf sie ansetzen Wellen und Wellen von angeheuerten Schützen auf sie hetzen bis sie tot sind und sie würden sterben früher oder später aber warum sollten wir das tun es ist kostspielig und unvorhersehbar und bis sie endgültig erledigt sind könnte sich das Wissen um diesen Ort bereits im gesamten Universum verbreitet haben und das können wir nicht riskieren ja, wie wäre es also wenn wir ihnen eine inoffizielle Stelle in diesem Unternehmen anbieten Sie sind jetzt hier das bedeutet ganz klar dass die Führung des Vigor Syndikates nachlässt sie könnten der Wechsel im Management sein nachdem wir Ausschau gehalten haben natürlich würden wir sie bezahlen und nicht schlecken und wer weiß wenn wir gut klarkommen erlauben wir ihnen vielleicht sogar sich ein eigenes Schiff der Astrid-Klasse zu kaufen wissen sie was? denken sie darüber nach sehen sie sich auf diesem Schiff um achten sie darauf wirklich all die luxuriösen Details wahrzunehmen die exquisite Holzvertefelung das ist übrigens echtes Holz nicht so ein synthetischer Müll und der Marmor-Fußboden denken sie wirklich darüber nach wie ihre nächsten Schritte aussehen werden mit uns könnten sie an die Spitze aufsteigen wenn sie sich entschieden haben reden sie noch einmal mit uns und wir werden alles in die Wege leiten ich hoffe ernsthaft dass sie das nicht in Betracht ziehen wir haben beide gesehen was ihre Geschäftspraktiken aus dem Leben der Menschen machen Leben im Bruchteil einer Sekunde ausgelöscht Tag für Tag sie hätten dem jederzeit ein Ende setzen können und wenn ich nur daran denke dass ich sie so lange gegen Kritik verteidigt habe weil ich dachte das Syndikat sei das Problem Assistent wenn sie einen Moment erübrigen könnten habe ich ihnen einige interessante Entwicklungen zu berichten als sie dieses prächtige Schiff betraten gelang es mir eine Schwachstelle im Betriebssystem des Schiffskomputers auszunutzen es scheint dass die Triebwerke und Systeme der Astrid einzigartig beeindrucken sind aber die Zwillinge ihren internen Sicherheitssystemen nicht die gleiche Aufmerksamkeit gewidmet haben ich freue mich ihnen berichten zu können dass ich begrenzten Lesezugriff auf ihre Datenbank habe und möglicherweise auf Blaupausen zugreifen kann die es ihnen ermöglichen würden eine Kondensat-Eindämmungsanlage in direkter Konkurrenz zu den Zwillingen zu errichten es gibt allerdings ein kleines Kaveat ich wäre nicht in der Lage die Blaupausen zu kopieren ohne dass sie es bemerken und ich kann nicht garantieren dass ich noch lange auf diese Datei zugreifen kann das bedeutet sie müssen entscheiden ob sie sich dem North River Unternehmen anschließen oder ihren eigenen Weg gehen und das Beschützion zu einem viel erschwinglicheren Preis anbieten wollen ich fürchte sie könne nicht auf zwei Hochzeiten gleichzeitig ihr Pofu essen sicher wenn sie diese Gelegenheit nutzen könnten sie den Menschen von Habgir helfen indem sie Beschützion zu einem deutlich niedrigeren Preis anbieten aber wenn sie es wirklich wollten könnten sie den Preis auch hoch halten um ihren eigenen Gewinn zu steigern ich sage jetzt nicht dass sie das tun sollten ich sag's nur sehen sie es ist eine Option so das heißt wir können jetzt hier zwischen zwei Sachen wählen ähm bekommen wir die hier dann noch irgendwie angezeigt äh tatsächlich können wir jetzt sagen ja wir schließen uns den an ähm dann bekommen wir einen dicken Batzen Geld soweit ich weiß und müssen noch ein paar Sachen erledigen und ja wir sollen irgendwie das Management übernehmen ich bin allerdings nicht ganz sicher was das bedeutet da ich den Strang nie gespielt habe ähm weil mir die Typen auch ein bisschen unsympathisch sind ehrlich gesagt oder wir würden die Blaupause stehlen lassen von Bozo und würden ja die hier verraten und würde unser eigenes Ding mit dem Beschützion machen ähm daraus ergibt sich allerdings ein Problem also mit dem selber machen ähm ich bin jetzt nicht mehr auf dem Stand wie das jetzt gemacht ist ähm ob da jetzt mittlerweile was gepatcht worden ist weil wir können tatsächlich meines Wissens nach nur mit dem Astrid ähm das Beschützion hier abzapfen gehen das heißt wir müssen das immer manuell machen äh dafür hätten wir aber auch keine Konkurrenz oder wir schließen uns an ähm das ist jetzt hier die Frage der Fragen ne und egal welchen Strang wir wählen äh wir müssen danach etwas naja unangenehmes noch machen ähm wo wir jetzt eigentlich vom Spielstand her gar nicht mal so gut dafür aufgestellt sind ähm deswegen würde ich uns jetzt hier diese Option erstmal offen lassen wir gehen jetzt mal zurück auf unser Schiff und ich werde dann vielleicht auch mal nochmal im Forum nachlesen äh wie das jetzt ist mit dem Beschützion Beschützion liefern so ja dann gucken wir mal Astrid ähm fliegt der jetzt hier weg? oder was macht der? ne der bleibt noch stehen ich würde halt jetzt mal gerne wissen ob wir jetzt hier diese Astrid übernehmen können aber die steht jetzt tatsächlich nur rum ich schieße sie jetzt einfach mal an ok also sie ist auf jeden Fall mal da hm ja eine dritte Astrid ähm die werden jetzt anfunken können gar nichts ähm die Frage ist ob wir die irgendwie anders beanspruchen könnten die gehört ja keinem ne kein Besitzer vorhanden äh hier gibt es tatsächlich auch noch Beschützion das können wir aber glaube ich gar nicht aufsammeln oder das hier ist tatsächlich verbuggt weil uns wird hier die dritte Astrid gar nicht angezeigt auf der Karte also irgendwas ist da komisch auf jeden Fall äh na wir haben hier die andere und haben hier noch die ah ne die können wir beide gar nicht anfunken also ich glaube fast das ist schon ein bisschen verbuggt hier äh weil eine von den zweien gehört ja diesem anderen Zwilling und der kam ja erst angeflogen ich vermute mal dass da hier echt ein Bug drin ist dass hier drei Astrid stehen ähm wir können sie ja nicht übernehmen deswegen halten wir uns auch da ganz länger auf wie sieht's denn mit unserer Forschung eigentlich aus ähm da fehlen noch Elektronikkomponenten weil ansonsten könnten wir uns raus teleportieren und bei Bedarf hier einfach nochmal rein teleputzieren ähm gucken wir mal gerade auf der Homebase wir haben da ja Händler drauf die nix wirklich machen wir gucken mal dass wir die Elektronikkomponenten Komponenten Komponenten manuell beliefern da sollte es ja eigentlich Angebote geben oder auch nicht ähm hier hier haben wir noch 420 Stück tatsächlich das ist aber überraschend also Elektronikkomponenten gibt's ja echt so gut wie keine ähm das überrascht mich dann wäre es ja unbedingt mal sinnvoll dass wir hier auch mal noch ähm die Produktion anwerfen hoffen die jetzt mal alle manuell auf dass wir hier mal unsere Forschung voll bekommen vielleicht wenn wir dann schon Forschung mal vollenden gucken wir mal ob das jetzt schon hier ausreicht ja nicht ganz also wir müssen echt alles aufkaufen damit wir hier unsere Forschung fertig bekommen denn ansonsten sind wir halt wieder gezwungen auf die Flut zu warten um wieder in den Sektor zu kommen um ja die Entscheidung hier abzugeben das möchte ich eigentlich vermeiden ähm ja dann müsste die Eule tatsächlich doch erstmal hier bleiben weil wir bekommen so auf Anhieb kein anderes Schiff hier rein ähm ja werden wir jetzt mal abwarten bis hier die Forschung fertig ist ich würde sagen wir machen dann in der Zeit einfach mal noch kurz ein bisschen Management und dann werden wir in der nächsten Folge mal schauen wie wir da weitermachen aber wir machen mit irgendwas weiter ich denke mal mit dem Terraner Plot wir hatten ja da schon den den Auftrag eigentlich erteilt bekommen wir hatten ja glaube ich schon ähm angefangen ich glaube der zweite Schritt waren die Minen da irgendwie auszusetzen oder einzusammeln wir sammeln jetzt erstmal hier noch um unser Geld ähm beziehungsweise wir können auch die Zeit ja nutzen um unseren Komplex weiter zu fertigen das wäre doch eigentlich eine gute Idee ähm wie sieht's denn aus mit unseren Ares sind die denn mittlerweile fertig ja die sind fertig dann können wir die mal auf unsere Odysseus drauf packen ähm dann ist das auch endlich wieder eine Flotte die nennen wir dann auch anders machen wir ähm einfach mal Main und sagen der Flotte dass sie landen soll gut das ist noch drin die Ares werden jetzt dorthin fliegen jetzt gucken wir mal wie es hier mit den Xenon aussieht ähm zumindest werden hier scheinbar mal keine Zerstörer mehr geschickt also der K ist entweder kaputt oder ja keine Ahnung aber hier sehen wir auf jeden Fall dass das neue Raum dort gebaut wird und das ist ja schon mal eine gute Sache äh unsere Perseus ist ja wo ist denn die eigentlich warum sind die hier hatten wir ja nicht irgendwie gesagt kaufen und dann weiter fliegen oder war das eine andere Perseus ach wir hatten ja noch eine Perseus sehe ich gerade stimmt die hatten wir ja mal gekauft gehabt für das Wettrennen und dann hatte ich ja dann erst gemerkt dass wir die ja gar nicht brauchen ähm das heißt ich würde jetzt hier mal strategische Satelliten aufstellen ähm da haben wir ja noch ein würde ich sagen wir stellen mal einen hier auf dann stellen wir einen in dem Bereich hier noch mit auf und ja rechts davon auch ich denke mal das deckt so ziemlich alles ab was wir jetzt auf Anni brauchen ja das ist ja lustig ja stimmt das hier sind unsere Main Perseus da hatten wir extra umbenannt gehabt ähm die Pegasusse sind alle am arbeiten ja dann komm dann schauen wir uns jetzt mal unsere Station noch an ähm das wäre dann hier der Bau läuft auch noch weiter an da ist auch alles da und tatsächlich werden dann nur noch die Quantum Röhren gebaut das heißt wir können da jetzt ähm ja weiter dran zaubern ähm hole ich mir mal gerade die Liste vor und zwar wollten wir da also wir werden auf jeden Fall noch eine Energiezelle brauchen wir haben da aktuell zwei Stück drei Stück dran das heißt da können wir die schon mal hier nochmal mit dran packen dann brauchen wir jetzt muss ich selber mal nachschauen ähm Antimateria Zellen bleibt Graphenproduktion erhöhen wir auf 5 tatsächlich ähm das macht jetzt allerdings keinen Sinn die direkt am Anfang zu bauen Silizium Scheibenproduktion machen wir auf 4 das heißt da kommt noch einer dazu da hatten wir aber tatsächlich ja schon eine mehr gebaut gehabt äh das hatte ich jetzt allerdings gar nicht mehr in der Tabelle aktualisiert das heißt das wäre ja schon erledigt ähm Kühlmittel bleibt bei 1 Metallveredlung wird auf 7 aufgestockt da sind wir momentan auf 4 das heißt noch 3 Metallveredlungen äh stimmt die hatten wir hier so gegenüber gebaut ähm dann gucken wir mal wie wir unsere Station hier ich schmeiß jetzt erstmal die ganzen Sachen hier rein die wir brauchen ähm Metallveredlung wo haben wir wo ist sie denn äh da brauchen wir noch 3 Stück können wir überlegen können wir überlegen ob wir da vielleicht schon 4 direkt bauen äh haben wir hier Antriebsteilproduktion 2 bleibt 2 Hüllenteile die wollten wir auf 10 erhöhen das heißt plus 4 hier wenn wir die einfach mal auch wieder hier rein wo haben wir sie denn da sind sie dann machen wir noch 4 Hüllenteile und die Mikrochip Produktion die erhöhen wir noch um 2 Tatsächlich ähm würde ich ja eigentlich gerne als erstes die Elektronik Komponenten dann gleich anbauen ähm da wollten wir 4 Stück von bauen weil da haben wir ja ein recht großer Mangel hier im Universum da wollen wir auf jeden Fall 4 Stück bauen dann werden wir die auch zuerst dran setzen ähm dann wollten wir 2 Plasma Leiter Produktionen bauen wo haben wir die denn das sind die Teile hier ich glaube da bräuchten wir gar nicht so viel am Anfang aber wir haben es jetzt mal so geplant dann noch den äh Verbundstoff wollten wir 4 Stück bauen na na so mal grad schauen ja dann Raketen, Schild und Waffen wollten wir jeweils 2 bauen und die Smart Ship Produktion ähm ich würde jetzt tatsächlich dann die Smart Ship erstmal vorziehen äh da waren es 4 laut Kalkulation oder ne sogar 6 Stück wollten wir da bauen die werden wir auch in einem hübschen Cluster denke ich anordnen ähm Schild Komponente 2 Waffen Komponenten 2 und ja was war denn das dritte jetzt ähm Raketenbauteile genau da wollten wir auch 2 bauen das wären jetzt wieder die Teile die wir hier anzapfen also die wir anbauen und dann legen wir einfach mal los ich denke mal die Mikrochip Produktion ähm das sind die Teile die würde ich dann hier gerne mit anbauen wenn wir eigentlich dann hier im sind denn die nochmal angeordnet gewesen ähm mit dem Verbindungsteil ne genau machen wir das einfach mal ich baue die jetzt mal grad als erstes ah der Editor macht es einem wieder schwer hier so drehen wir erstmal das Teil hier und dann machen wir ein Kreuzgerüst mit dran so und dann kopieren wir uns das ähm weiß ich gar nicht mehr wie viel hatten wir gesagt zwei Stück ok das wäre dann damit abgedeckelt dann nehmen wir die Teile mal äh beziehungsweise ich lösch die jetzt hier raus dann brauche ich die auch nicht mehr zu drehen dann nehmen wir nämlich einfach dieses Modul kopieren uns das zweimal drauf dann hätten wir unsere Mikrochips schon mal drauf und dann würde ich gerne die Elektronikkomponenten jetzt gucken wir mal wie werden die denn die werden auch aufgesetzt ähm dann hatten wir hier leider das so gebaut dass wir da nix drüber bauen können direkt genau wir können allerdings mal noch folgendes machen wir kopieren uns jetzt mal ne wir holen uns mal neu rein drehen ah das lässt sich wieder so doof drehen hier so holen wir das mal rein drehen wir uns das mal jetzt zur Seite und packen wir das hier mit dran dann könnten wir eigentlich hier das Teil komplett kopieren ähm so hätte ich das gedacht war dann das andere da eigentlich mit ange gekräftet gewesen ah die Sicht ist echt ein bisschen schwierig hatten wir die denn da kombiniert gehabt überhaupt die sitzen zwei andockpunkte oder ja zwei andockpunkte das heißt wir hatten das genau versetzt da drauf gepackt müsste hier noch so ein zwischenstück sein genau das heißt das würde hier gar nicht so auf ane funktionieren mhm Elektronik komponenten wie breit sind die denn würden wir auch besser irgendwie so anordnen die sind auch gar nicht so hoch ich denke wir packen die jetzt einfach unter die mikrochip produktion drunter dass wir hier ähm einfach da eine Etage drunter sitzen ja so in etwa hab ich mir das jetzt mal vorgestellt ah ne nicht verdreht so holen wir jetzt mal eine ok bräuchten wir eigentlich überhaupt keine Zwischenstück glaube ich oder die passen so drunter und ich glaube das hier brauchen wir auch nicht das heißt wir bekommen die nahtlos hier so drunter das sieht doch eigentlich ganz gut aus dann können wir nämlich die komplette Sequenz kopieren und einfach hier nebendran sitzen und einfach hier nebendran sitzen ja das passt dann nämlich wunderbar machen wir noch ein viertes wir wollten ja vier bauen so da sind die elektronik komponenten schon mal unter dann brauchen wir uns da schon mal nicht drum zu kümmern mal nur schauen ob wir hier vielleicht wenn wir da noch eins drunter setzen ähm ja das wird jetzt schon wieder ein bisschen tricky hier ne das würde nicht passen oder das hier ich würde es gerne hier drunter sitzen ähm so mal gucken vielleicht passt das dann von der Höhe das ist jetzt nur mal so eine Idee mal gucken wie das aussieht wenn wir das dann ja hier drauf setzen ähm eigentlich hätte ich gedacht dass das hier passt passt aber tatsächlich nicht ähm doof ja dann lassen wir die nochmal weg und jetzt packen wir die einfach jetzt hier zwischen die Silizium dazwischen wir werden dann noch ein paar mehr brauchen sowieso die werden wir dann woanders hin packen das ist jetzt nicht weiter schlimm ähm gucken wir mal wie das aussehen würde wenn wir die wenn wir eine in die Richtung drehen so so dachte ich mir das und die andere dann ersetzt da haben wir hier noch irgendwo grad welche rumfliegen aber wir wollten ja vier sogar bauen ähm ähm tatsächlich stören die sich da puh ähm so lassen wir das Konzept mal sein wo hätten wir denn hier noch Andockpunkte ähm wo hätten wir denn hier noch Andockpunkte ähm wir haben aber auch ein dämliches dämliches Format hier ne und dann so einfach mit denen zumindest die mal platzsparend hier irgendwie unterzubringen gut gut irgendein Tod müssen wir jetzt sterben dann werde ich jetzt ähm hier noch ein Verbindungsteil dazwischen packen das ist so und etwa so noch hin so eine Metallveredlung rüber ja so passt das auf jeden Fall das war nicht super schön wir können auf jeden Fall noch genug Lager anbauen selbst wenn dann könnten wir die noch woanders dran stecken ähm aber wir bräuchten auch gar nicht diese Verbindung hier das passt auch so noch ohne Probleme oder ohne Kollision ok ok gucken ob wir jetzt irgendwie die ein bisschen clever gefischert bekommen ja und genau so passt es nämlich eben nicht dran obwohl ich da jetzt eigentlich erstmal überhaupt kein Hindernis sehe aber lässt es so nicht zu ähm wie sieht es denn aus wenn wir da noch eine Höhen-Einheit draufsetzen soll das doch eigentlich egal sein soll das doch eigentlich egal sein dann tun wir die eben ja so irgendwie anordnen ok kopieren wir das Modul ja da dran genau so und wenn wir jetzt nochmal die erste Variante holen ja dann eben so ne dann keine Ahnung sieht jetzt nicht so super cool aus das Gebilde hier aber wollen sie jetzt ja nicht drei Jahre hier an dem Ding da aufhalten äh tatsächlich ist da noch ein Verbindungsstück dazwischen so da hätten wir unsere vier Stück ne wischen wir die hier mal raus ähm Elektronik Komponenten hatten wir ja alle angebracht das heißt die können wir auch schon mal entfernen so was haben wir noch wir haben noch Hüllenteile ähm Plasmaleiter ich weiß es halt gar nicht was die ähm wir gucken mal gerade was die brauchen ähm ich denke dass wir das auch hier sehen machen wir mal Enzyklopädie also für die Elektronik Komponenten brauchen wir Mikrochips Quantonröhren Energiezellen ja das das passt doch das heißt das haben wir ja auch schon in der Produktion drin also ja ja ich kümmere mich gleich noch um euch ähm dann hätten wir hier die Smartchip Teile können wir doch eigentlich mal hier noch dabei packen hören wir mal gerade eins ich glaube die brauchen auch nicht viel Platz so so dann kopieren wir die Sequenz so und dann nochmal die Sequenz ok sieht eigentlich ganz gut aus ähm ich würde die tatsächlich noch gern ein bisschen drehen das hat aber jetzt mehr optische Gründe sieht nämlich dann nicht so ganz künstlich aus nachher wenn es gebaut ist so und dann machen wir das ganze noch einmal ok jetzt haben wir so dann hätten wir nämlich die Smartchip Teile hier auch schon unter brauchen wir die auch nicht mehr ja ich weiß ich schmeiß die halt immer nur rein damit ich so ungefähr einen Überblick habe wie viele Teile das hier sind ähm Verbundwerkstoff Raketenbauteile was sind die Teile dann machen wir jetzt erstmal die Hüllenteile äh wo hatten wir die denn ursprünglich da oben ah das ist ja eigentlich clever dann brauchen wir eigentlich hier nur noch unser System weiter zu verfolgen äh wie viel wollten wir da vier Stück noch dann bekommen wir ja vielleicht die Reihe hier gerade voll so der zweite dritte ähm machen wir das anders setzen wir den dritten mal näher rechts an und dann kopieren wir uns den vierten ja auch dann ist es zumindest mal beidseitig gleich hier würde dann theoretisch noch genau eins dazwischen passen ähm lassen wir mal so offen vielleicht bauen wir dann irgendwas anderes noch hin noch irgendeine zweite Etage oder irgendwas in die Richtung vielleicht noch einen Dock dazwischen irgendwas wird uns dann noch einfallen so dann hätten wir eigentlich nur noch die ja die Plasma Leiter die bauen wir jetzt als nächstes ähm die können wir doch eigentlich hier irgendwo noch unterbringen bei dem Quantum Röhren gedödeltes da ne gucken wir mal gerade die werden auch äh angesetzt das heißt wir bräuchten eigentlich gar nicht so viel Platz äh lassen wir hier das mal für unsere Containerlager noch offen obwohl das hier auch schon nicht so optimal ist ich denke wir versetzen den ganzen Teil hier eins vor und können wir hier nämlich die Containerlager besser anbauen später ich denke das macht jetzt mehr Sinn dann lassen wir den Raum hinten dran nämlich offen für die Lage naja wir hatten auch noch nach unten jede Menge Platz also der Platz ist hier noch relativ groß nur ich will es halt weg von Grund auf ein bisschen clever strukturieren ähm ja keine Ahnung je Etage auf der Ebene das ist sowieso alles sind so ganz super gelungen deswegen können wir eigentlich mal gucken ob wir das Teil hier jetzt hier so mit anbringen können ähm jetzt können wir sogar noch ein bisschen drehen mal gucken vielleicht sogar was war das hier aber ist egal wir werden das jetzt einfach mal bauen und davon brauchen wir zwei Stück haben wir gesagt ne wobei wir hier halt die Smart Ships auch nochmal erweitern könnten das würde aber auch über die Energiezellen hinaus noch gehen wie sieht es denn eigentlich hier hinten dran noch aus ganz am Rand werden wir wohl keine Container mehr bauen wir setzen die jetzt mal nach hinten hin äh Plasma Leiter so in etwa hätte ich mir das jetzt gedacht vielleicht noch ein bisschen gerade drehen ok also das passt dann setzen wir die auch vielleicht unten an mal gucken ob das hier noch auf der anderen Seite passen würde jetzt habe ich das Teil hier so verdreht ähm lösche ich jetzt mal raus jetzt wird das hier in den Bereich bauen wo wir später eh nur noch schwierig hinkommen also vielleicht die Sequenz mal kopieren äh und zwar naja jetzt dreht er sich hier nur so in der Richtung ah ok löschen wir das mal raus dann setzen wir die Teile jetzt mal manuell äh Plasma Leiter kopieren so dann drehen wir das einmal komplett um aber ich sehe gerade das funktioniert dann auch nicht so ganz gut müssten wir es wenn so setzen mal gucken ob das passt ne das passt auch nicht ähm machen wir das nochmal zurück ähm so dann wäre das Teil hier nochmal dran äh ne so hätten wir jetzt beide unter ich lass das jetzt einfach mal so bauen ich meine wir haben so viel Platz da brauchen wir uns jetzt mit um jeden Zentimeter zu kümmern äh äh Verbundstoffe die werden entweder angesetzt oder aufgesetzt ok das heißt wir könnten die vielleicht sogar da unten noch mit dran zaubern hätten wir ja im Grunde eine ganze Reihe davon äh äh oder ist das oben ich sehe das jetzt gar nicht so richtig ich glaube die werden nur oben und unten die haben gar kein seitliches oder äh mh gucken wir jetzt mal gerade aber für mich kommt das eigentlich so vor als könnten wir die jetzt hier unten ansitzen ja tatsächlich unten ja aber das muss doch auch so gehen aber wir können sie einfach mal probieren ja also die kann man so ansetzen das heißt die müssten ja eigentlich hier drunter passen ja das heißt hier war echt schwer dass hier dran zu machen cares ja die die korrekt aller Also jetzt ist es irgendwo, keine Ahnung. Wir holen jetzt mal ein neues. Ne, der will da irgendwie zum Verreckene dran. Boah, ist das nervig. Ich kann es halt irgendwo nicht verstehen. Wir machen das jetzt mal. Wir machen mal ein Verbindungsstück dran. Beziehungsweise wir machen das. Ist das ein blödes Teil hier, oder? Ja, das... Okay. Ah, okay. Ja, so könnten wir es auch machen. Aber meines Wissens war das schon genauso gewesen. Wenn wir das nämlich jetzt drehen... Dann wird er sich wahrscheinlich immer noch nicht hier ansetzen lassen, oder? Nö. Aber so geht's. Naja. Fällt mir jetzt zwar nicht ganz. Aber okay, dann... werden wir das eben so machen. Mh, die würden doch, glaube ich, auch nebeneinander passen hier, ne? Ja. Oder? Mh, naja, nicht so ganz. Nicht schlimm, wir haben ja genug Platz hier. So, dann hätten wir die Verbundstoffe hier schon mal dran. Dann hauen wir die mal komplett hier raus. Hätten wir Raketenbauteile. Dann hätten wir Waffenkomponenten. Und die Schildkomponenten noch. Dann gucken wir mal... Bauen wir uns jetzt hier mal so ne Brücke. Mh... Vielleicht schon die ganz große. Beziehungsweise die Raketenbauteile. Wie werden die denn da genutzt? Wir müssen auch irgendwie ein Konstrukt nach hinten aufziehen, damit wir da später die Sachen überhaupt dran bekommen. Ja, die werden einfach nur plump hier aufgesetzt. Das können wir eigentlich auch so machen. Machen wir hier das raus. Und... Machen wir einfach noch ne zweite Etage. Und dann setzen wir das gleiche. Einmal gedreht. Einmal gedreht. Noch einmal anders hin. Und zwar jetzt brauchen wir erst... Ja. Ja. Und doch abkoppeln erstmal hier. So hab ich mir das gedacht. Äh... Beziehungsweise... Ja, wohl doch. Wir lassen mal den Abstand hier noch offen. Äh... Wobei wir das erstmal hier unten dann anzapfen. Ja. So. Ähm, dann kopieren wir einfach die Sequenz hier nochmal komplett. Oder brauchen wir den Abstand überhaupt? Jetzt haben wir vier Raketenbauteile. Wir wollten aber glaube ich nur zwei, ne? Ähm... Wollten eigentlich nur zwei. Werden die Teile denn hier... Machen wir das mal weg? Ja, dann machen wir die eben nochmal weg. Ich dachte wir hätten da vier gebraucht. Äh... Holen wir mal dieses Teil hier. Diese Waffenkomponenten. Die können wir doch denke ich schön nebeneinander sitzen. Und zwar haben wir da bereits so ein Teil hier drauf. Drehen wir die noch ein bisschen. Können wir nämlich das so kopieren. Ja, wir lassen das hier mal noch dran. Vielleicht brauchen wir das noch. Und dann hätten wir noch zwei von diesen... Ja... Schildteilen. Wobei die sich ja auch gut getan hätten hier auf den... Hm... Ja... So verdreht wollte ich es nicht haben. Wollt es eigentlich gerade. Mal gucken, ob das hier jetzt passen würde. Und das könnten wir so anbauen. Da bauen wir auch denke ich gerade das zweite mit an. Ähm... Ja, das ist ein falsches. Wir wollen ja die... Gelade ich schon... Wahrscheinlich habe ich da jetzt schon einige eingebaut, oder? Ja... Okay... Naja... Ist egal. Dann haben wir jetzt eben ein gemischtes Konstrukt. Gut. Ähm... Ja... So können wir das bauen. Und dann wären wir, was unser Bau angeht, erstmal nochmal fertig. Ja... Wir sind jetzt wirklich weiter jetzt hier gekommen. Aber... Wir werden da noch einiges mit anbauen. Mal gucken, wie weit wir da das Ding hier aufrüsten... Das erste reicht das dann. Dann übernehmen wir das. Und dann kostet der ganze Spaß... Ja... 43 Millionen. Ähm... Ja... Setzen wir schon mal... Keine Ahnung... 7 Millionen drauf. Ist tatsächlich das... Blöde Schiff hier schon weggeflogen. Und dann haben wir hier eigentlich, ja... Eine gute Basis für weiterzubauen. Und... Ja... Und den Rest machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Und dann schon mal danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.